so jetzt aber richtiger start willkommen zu einer weiteren folge lesbier clash of clans mit mir dem thorsten ihr habt im titel schon gesehen wir wollen heute mal die jedis ausprobieren also die neue truppe in clash of clans habe ich noch nicht gehabt aber ich habe gesündigt habe da auch gesehen titel ja asch über mein haupt es gibt eine sache die stört mich hierbei clash of clans ganz besonders muss ich sagen seit einem gewissen rathaus level oder so hat mich das hier gestört wenn ich die eine oder wenn ich nicht alle kasernen habe und ich habe jetzt beim farm gemerkt mensch eine kaserne hatte schon im ausbau jetzt wollte ich noch eine zweite ausbauen und hätte nur noch zwei stück zwei elex kasernen gehabt zum ausbilden das konnte ich nicht über mich ergehen lassen habe ich gesagt kommt du machst mein nägel mit köpfen und ein witziger zuschauer auch im live stream hatte hat das auch genau gesehen total gems ausgegeben oh gott oh gott aber nicht nur gems ich habe auch noch mal hier das 10 euro 99 paket mir gegönnt das ist jetzt hier nämlich weg aus dem shop dort gab es zwei bücher des bauns glaube ich und es gab noch zwei andere bücher plus 13 millionen gold oder sowas habe ich mir gegönnt für 10 euro und zusätzlich hatte ich mir hier dann noch im ersten im ersten tee hier wo jetzt die bilder posten ist habe ich mir noch noch ein buch des bauns gekauft und habe hier alle drei kasernen hochgeklopft die waren nämlich sehr günstig die haben nur vier millionen gekostet die eine hier dauert jetzt nicht mehr so lange die leute ist noch zwei tage und lass checken hier zwei tage neun stunden das können wir uns über über uns ergehen lassen denn ich wollte ja unbedingt die neue truppe aus ausprobieren und ich hatte auch ein bisschen viel elex deswegen habe ich die truppe auch mit einem buch im labor hochgemacht mein labor läuft immer noch leer seht ihr hier aber ich habe schon mal den den jete hier jetzt auf zwei und er geht ja maximal auf drei ich bin mal gespannt ob er überhaupt auf zwei zu gebrauchen ist für irgendwas im klankrieg kann ich power potions nutzen da habe ich glaube ich noch so ein paar auf halde so ein paar glaube ich ja neun von fünf da habe ich in jedem fall reichlich das heißt also die truppe könnte ich max mitnehmen und ich bin sehr ich bin ich bin wirklich mal gespannt allerdings müssen vorher noch zwei truppen erstmal wegschmeißen eine schmeiße ich jetzt mal hier weg hier war im single player gestern meine queen ganz ganz schnell tot und einer hat ja gesagt ja man konnte doch kurz sehen dass sie ihre self ability hatte naja das sei mal dahingestellt da musste man auch die hochgeschwindigkeitskamera anhaben um das echt zu sehen oder halt alles auf super slow mo sich abspielen lassen dies video was ich gemacht hatte aber wir haben dann ja später im live stream noch mal getestet wenn die dann ganz normal down geht die queen also wo das nicht so ultra schnell geht dann packt man das auch beziehungsweise dann kommt die ability automatisch ist ganz ist ein ganz netter effekt und aber er ist ja an und ausschaltbar ich will jetzt hier mal eben diese armee nur nur verblasen ohne helden hier ich mache das mal ohne helden ich weiß es sind jetzt auch auch noch die event truppen aber war das erste event hatte hatte ich ja jetzt schon geschafft gehabt und man kann es immer gebrauchen für irgendwas kann man die ja immer gebrauchen so ich habe noch die dabei die nehme ich mal ruhig hier mit ins feld rein das ist jetzt nicht ganz so schlimm und für die vielen ressourcen hier ich weiß gar nicht ob so eine armee das überhaupt packt hier einfach so hier so ein bisschen reingespampt oder ob man hier was besonderes machen muss ich hatte ja gesagt dass ich maximal bei rathaus 13 erst überhaupt diese dinger hier bringe beziehungsweise überhaupt erst die weiteren missionen hier spiele das wollte ich gar nicht gar nicht so wirklich machen und aber es sieht noch ganz gut aus kommen wir nehmen doch unsere helden mit rein wir nehmen doch mal unsere helden hier mit rein fußträger da dann schaffen wir das ganze ding hier vielleicht mal und mal gucken da hinten ist natürlich noch ein bisschen verteidigung müssen wir noch mal unseren king hier ein bisschen ragen gehen jetzt raus oder gehen die durch eine mauer okay die gehen nicht raus die gehen durch eine mauer dann nehmen wir hier einmal unsere ability wir nehmen den gift zauber das nicht ganz so lange dauert und jetzt muss allerdings unsere queen mal so ein bisschen nachkommen hier aber ist nur noch ein tesla da also schafft man dann auch so naja gut okay da haben wir die erste truppe verballert dann kann ich jetzt auch nachbauen im schub ich wollte heute abend noch wieder ein bisschen schieben 6000 dunkle ist nicht schlecht ich wollte ein bisschen schieben noch das heißt ein wenig schub ein werfen vier von fünf ein gab es für mich wieder im shop habe ich mir natürlich immer wieder rausgeholt solltet ihr immer immer wieder gucken hier beim trailer mal schauen da gibt es ja demnächst auch ein paar weihnachtsüberraschungen oder sowas lasst euch da überraschen was es da gibt und dann bauen wir die yetis in jedem fall jetzt mal ich weiß ich weiß noch nicht genau was man da eigentlich tatsächlich nehmen kann bin ich ganz ehrlich und wie viel die haben 18 trainings platzieren 18 18 housing space dann immer noch mal zehn stück mit da haben wir schon mal ein bisschen was vor ballert ist das jetzt ein dd oder ist das eigentlich ein also der mit stil aber das ist eigentlich ein tank hat gute gute hit points der match pro sekunde 250 weiß ich nicht ob das ich weiß nicht ob das jetzt gut ist oder schlecht ist keine ahnung wir nehmen wir mal ein zwei packer mit würde ich sagen so ein bisschen was zum funneln auf der einen seite mauerbrecher machen wir mal diesmal nicht können wir vielleicht event truppe mitnehmen 14 stück von denen da kriegen wir gar nicht mehr hin okay dann nehmen wir das so dann kann ich wenigstens ein bisschen event spielen ne und ein magier hier noch ein magier noch ein bogie an zaubern nehmen wir mal mit 1 2 3 4 von denen ähm 1 2 1 und obwohl der wäre schon fast wieder übertrieben wir nehmen eine ramme mit nehmen wir lieber ein gift mit und vielleicht noch zwei fris so machen wir das so machen wir das ich lass die mir eben ausbilden die verballer ich gleich mal so ein bisschen für mich und dann sehen wir uns wieder wenn wir nur noch die die yetis hier auf dem feld haben ich bin echt mal gespannt wie die sich so verhalten und wir müssen ein bisschen reinfahren ihr seht ich habe immer noch alle sechs bauarbeiter hier beschäftigt also mein dorf läuft ich habe heute tagsüber auch nicht weiter sagen auf der arbeit so ein bisschen immer mal wieder gespielt und habe hier zumindest die events fertig bekommen das eine hatte ich ja gestern schon fertig das ist jetzt auch ausgelaufen ihr seht das ich habe auch nur noch zweimal mit der armee hier dann kriege ich jetzt zumindest zwei helden potions die brauche ich auch in den nächsten cks schon fertig und ich habe hier hinten auch schon jetzt schon das dritte mal mit den kalten füßen hier angegriffen also gleich mal ein bisschen geht die power ich bin echt mal gespannt und wie die sich so verhalten und was man damit eigentlich machen kann vielleicht müssen wir die armee noch ein bisschen umstellen aber erst mal kurzer cut und dann sehen wir uns wieder okay ich bin jetzt echt mal gespannt ich habe die yetis jetzt ausgebildet wir gehen mal in die suche rein und ich glaube die elektromagier ich bin mir nicht ganz sicher htbs htbs wir brauchen das alter falter htbs warte mal kriegen wir da schon ein bisschen dunkles rad tatsächlich also geht der 80 genau verteidigung tot und gehen auch verteidigung okay aber ich jetzt habe ich mal gerade verpeilt der geht ja auch verteidigungen und und aber das dunkle haben aus dem bruch aber mal eben ein stern brauchen weil ich glaube die ich weiß nicht ob die eismagier jetzt gut ich weiß nicht ob die eismagier so so gut sind hier dann versuchen wir es mal von von der seite ich habe jetzt gar ich habe jetzt jetzt erst bemerkt dass ich gar kein tank dabei habe ich habe gar keinen tank dabei okay dann setzen wir hier mal so ein paar von den yetis rein ich habe keinen tank dabei ein paar von denen hier oben gehen ein paar müssten auch in die mitte oder müssen meine helden hier wieder alles reißen okay checken wir mal wir 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 checken das mal mal sehen wann unsere karriere aufgeht erstmal brauchen wir hier hart den gift da geht unsere karre schon auf dann nehmen wir mal hier unseren erdbeben zauber glaube ich und nehmen jetzt mal unsere truppen hier so ein bisschen in wut ich konnte das jetzt gar nicht einschätzen wo die hier alle gerade rumeiern muss ich mal so sagen oh hart verteidigt das rathaus hart verteidigt das rathaus sehe ich jetzt gerade und wo sind die alle ja okay naja ein bisschen loot haben wir geholt wenn auch nicht so ultra viel wo ist meine queen hier auch ich hätte sie gar nicht zünden brauchen die hat ja ihre self zündung und dann friezen wir hier noch mal kriegen was rathaus noch jawohl rathaus haben wir noch bekommen wunderbar läuft bei mir läuft in jedem fall was das farm zumindest angeht aber hier haben wir jetzt ein bisschen zu wenig kapazität glaube ich oder mal gucken ob die da noch ein bisschen die ecke reißen hier jetzt kann man ein bisschen näher reingehen ich weiß nicht ob die sich schon oft lohnt die sich vielleicht zum farm oder so kann ich mir vorstellen dass sie sich echt doch ganz gut mal so ein bisschen so zum farm zumindest auf zwei auf drei sind die bestimmt noch ein bisschen besser müssen mal gucken wie wir den level denn sie gefallen mir glaube ich ganz gut jetzt sind mir ein bisschen zu wenig in die mitte gegangen also wir müssen doch ein bisschen bisschen heftiger fangen und gar nicht mal so übel gemacht ja ein bisschen das hat er noch mal sehen ob ich das noch kriegen bisschen dunkles hat er noch die sind da noch in der worden aura auch und schmeißen jetzt noch mal ihre kleinen da hat da sieht er die die springen auch an die springen auch zur seite ok quell falle hier tornado falle und wir kriegen das dunkle noch mal ganz alter weiter nicht schlecht die letzten springen ja auch noch mal raus und machen den turm noch mal kaputt ok 86 prozent oder sogar das ist ja gar nicht mal so übel gar nicht mal so übel ich glaube die können wir ach kommen die nehmen wir noch mal mit wir nehmen die noch mal mit dann haben wir hier unsere event truppe noch mal dabei einmal müssen wir glaube ich noch einmal an die wir können schon claim ich habe schon fertig ich habe ja eben noch ein angriff gemacht stimmt stimmt aber ich will jetzt nicht claim weil ich die beiden helden potions in den nächsten klar kriegen benutzen will 18 tage aber ja auch noch zeit das ganze zeug rauszuholen und habe aber ich glaube ich habe jetzt genug dunkles ich habe glaube ich bin noch dunkles dass wir jede truppe forschen können denn wir wollten ja wir wollen jetzt nicht ganz vom weg abweichen wir wollen ja wir wollen uns die bola hochballern wir wollten uns die bohler hoch bei online unibuch ok ein unibuch unibuch ist nicht gut irgendwo musste ich hier noch ein buch haben warte mal unibuch war echt nicht gut irgendwo gab es hier noch ein buch ein buch da book of fighting war ich dachte gerade ein book of fighting und dann wird mir das buch hier angeboten ich hatte die tage mein forum gelesen dass da jemand was fertig machen wollte und ihm wurde erstmal das unibuch angeboten obwohl er noch das andere buch hatte kann eigentlich gar nicht sein oder ich weiß es nicht genau könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben aber wir machen uns die bula fertig aber wieder nichts zu forschen hier okay ist aber nicht so schlimm wie researchen die hier weiter zwölf mille zwölf mille aber noch nicht okay müssen wir noch einmal fahren hier damit wir den bonus hier rein bekommen denn der beträgt hier auch noch mal 2,32 dann könnte es gerade so aufgehen da sind die echt so teuer zwölf mille hier mit pass sogar okay aber ich glaube die machen war die machen wir dann lassen wir das labor auch mal ein bisschen rennen würde ich sagen kurzer heldenrack kurzer kurz mal was gefordert hier gefordert gefordert egal gut und dann machen wir natürlich noch ein angriff jetzt habe ich auch echt nicht mehr so viel dunkles als nächstes glaube ich geht dann mein kleiner held mal hoch aber wir nehmen jetzt erstmal noch mal die jedis also die bigfoots so steht es ja im titel glaube ich drin und dann gucken wir mal das war obwohl das war das war eben gar nicht mal so schlecht war gar nicht mal so schlecht dafür dass wir das hier so reingeklickt haben ozeener hockrider habe ich dabei alter falter das geil vielleicht nehmen wir dann doch mal ein bisschen was anderes hier an siege machine mal sehen nehmen wir noch mal einen felsenwerfer mit also wir schneiden das noch mal kurz durch hier dann machen wir noch mal einen angriff aber ich glaube der erste war gar nicht mal so schlecht also man kann sie schon ganz gut gebrauchen sie sehen auch echt schick aus ich habe es jetzt mit heile ausgebildet und auf den nächsten level glaube ich bekommen die auch nur ein etwas dunkleren korb kann das sein kann man eigentlich immer sehen kann man gar nicht sehen kann man gar nicht sehen das wirklich kaufen okay kann man hier nicht sehen aber ist egal irgendeiner hatte hier schon max und ich wollte es in jedem fall max haben mit dem vielen neuen gold was wir übrigens haben und mit dem nächsten baarbeiter glaube ich machen wir mal ich glaube wir machen mal die werkstatt das war auch da die neue sieg maschinen demnächst ausbilden können und auch testen können bin ich auch sehr gespannt auf die geht übrigens bis vier hoch habe ich auch verkannt ich dachte die geht auch nur bis drei hoch nein die geht bis vier hoch und deswegen muss man sie mindestens auf zwei haben damit man sie dann in den höheren clans auch spenden kann finde ich aber auch in ordnung ist halt die kleinste maschine so will ich mal sagen und hat vielleicht einen großen effekt mal gucken aber wir machen erst mal das hier okay dieses mal bin ich habe ich die suche einfach mal übersprungen mit euch oder für euch und um die base mitzunehmen ich kann mir auch nicht mal ein loot entgegen entnehmen lassen nur damit ich jetzt eine passende base für meine für meine angriffe finde aber ihr seht dass ihr ich habe jetzt meine heilung genommen ich glaube ich muss mir war so ein paar einschlägige pro seiten hier angucken was sind das für ein radhaus ich muss mal eben checken das ist ein wo das ist auch schon fünfer okay er sieht echt klein aus sie ist irgendwie sie sieht irgendwie klein aus sehe ich jetzt gerade mal so und queen in heilung oder die typen hier in heilung das ist eine gute frage was was nehmen wir karre ich habe keine karre okay ich habe gar keine karre dabei alles klar also da haben wir dann schon mal die die frage wurde schon mal beantwortet karre oder nicht karre okay 12 12 12 sechs stück an der zahl und dann gehen wir hier mal mit unseren ja jetzt müssen wir halt mit unseren helden hier durch und den yetis den helden schicken wir mal hier auch echt mal spät rein und mal sehen ob wir hier nicht irgendwo schon mal springen können die nehmen wir jetzt mal ich glaube ich springe jetzt mal rüber und wo ist mein wort eigentlich dabei hier um ein wort ist dabei dann habe ich mal gezündet jetzt haben wir noch so ein bisschen von dem hier einmal hier geflüstet und wo gehen wir gucken mal die gehen gut durch die gehen gut durch aber den hinten müssen wir machen den hier hinten wo die heldin jetzt gerade war und war das sieht ganz gut aus wir haben immer noch und gut dabei ich nehme den außer klanburg immer sehr sehr selten ich kann den angriff jetzt eigentlich laufen lassen der meine restlichen helden zünden sich hier ja ganz ganz alleine ich brauche meine klanburg nicht so wie ich das sehe brauche ich die klanburg hier mal nicht habe ich auch hocks drin ich wollte eigentlich eine karre eine karre mit irgendwas mitnehmen okay habe ich jetzt nicht gemacht die sind aber doch selber hände sehr sehr klein sie sind doch sehr sehr klein und wenn wir gleich keine defensiven gebäude mehr haben so wie jetzt dann kann ich ja doch wir haben noch welche mal sehen unser royaler champion hinten na komm eine def noch jawohl die wand die wohnstattung noch geschafft aber die beiden kanonen nicht mehr okay und ich glaube auch alter das war jetzt ein kleiner overkill mit den mit den yetis die waren echt nicht schlecht die big foots dann immer hier die beiden helden noch mal jetzt in eigener zündung als wir mal selber aufgeklickt aber sie sind auch selber kann ich euch versichern wenn sie kurz vorm ko sind er darf halt nicht so ultra schnell kommen dann sieht man das nicht mehr dann lohnt sich die die fähigkeit auch gar nicht mehr den haben wir auf jeden fall ganz gut gemacht ich glaube doch ein bisschen da können wir ein bisschen weiter mit machen und ich habe genug elex obwohl ich nur ein bisschen sparen mal sehen wo ich jetzt mit weiterfahren ob ich jetzt mit den kobe weitermachen nächste bob dauert ja doch ein bisschen länger der nächsten bauarbeiter und dann haben wir das hier in jedem fall im sack jetzt ist er auf null hier drei sterne auch coole sache coole sache freut mich freut mich auch gutes dunkles wieder mitgenommen der loot war heute extremst gut 96 hier noch mal rein in unsere klanburg und wie teuer ist die armee hier eigentlich das mal gerade checken erst mal checken wir warum warum ich hier nicht vier zauber habe sondern nur drei jetzt habe ich vier und hier habe ich jetzt ein ok ich habe ein slimmer zu viel ok ich habe ein slimmer zu viel karre karre ich nehme ich nehme doch immer ganz ganz gerne im moment eine karre mit und was kostet die 379 die sorgen teuer die ist ganz schön teuer muss ich mal so muss ich mal muss ich mal gestehen da ist meine armee und etwas günstiger dann nehmen wir dann nehmen wir doch wieder die hier 1 2 3 4 1 so war das glaube ich dann immer doch wieder erst mal die da unten und ich nehme die dann wenn wir sie gelevelt haben aber wie können wir jetzt eigentlich leveln indem wir hier unsere klanburg jetzt auch mal leer machen kommen wir über zwölf jahre kommen über zwölf millionen wunderbar und dann sind wir hier in jedem fall im soll dann trainieren wir die auch weiter zwölf tage mal sehen ob wir das ein bisschen kürzen können indem ich mal endlich mal diese diese magischen items hier nehme die haben ja schon staub angesetzt die haben echt schon staub angesetzt dann immer mal alle fünf auch denn die gibt es auch immer wieder nach jetzt ist das auch wieder ein bisschen weniger geworden hier ich habe immer noch die helden tränke power tränke war das läuft ich habe auch zwei ressourcen bus tränke hier genommen in der hoffnung ich schaffe das alles gar nicht mit mit dem farm ja basiert ich habe jetzt gold voll 14 mille und ein bisschen weniger elex oder ist da noch ihr extrem für mich hier an jeder ist sogar noch gold drin und habe jetzt kein bauarbeiter frei mal sehen ob ich mir das ding morgen nämlich doch fürs wochenende irgendwie vor jem oder so ich hoffe die folge hat euch dennoch ganz gut gefallen wenn ja dann lass mal einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen heute richtig gezeigt und glocke stellen damit ihr kein video mehr von mir verfasst und ich verbleibe mit einem ich wünsche euch ein schönes wochenende heuer toto clasht so Bis zum nächsten Mal.